Und damit herzlich willkommen zu einer Folge von Black Mesa. Oh, da ist hier einer. Hallo. Na, wie geht's so? Okay, dann. Du feige Sau, du... Ohne scheiße, Alter. Wie feige ist das, bitte? Oh, sorry, Mann. Oh, der hat einen Revolver. Kannst du vielleicht mal sterben? Das wird mich echt erleichtern. Bin ich mal ehrlich. Schade, dass du nicht stirbst. Ich hoffe, dass du weg bist. Ich hoffe, dass du schon aus dem Weg gehst. Blödes Arschloch. Guten Tag, Na, wie geht's so? Ach komm. Nicht während der Arbeitszeit hier. Gute Reise, du arme Schwein. Aha. Da hat jemand was zu essen. Da hat jemand was zu essen. Hm. Schade. Ach. Mein Gott. WTF. Och, nö. Hau ab, du... Oh, da steht er mir im Weg. Und den natürlich machst du nicht, oder was? Natürlich bin ich derjenige, der mich jetzt darum kümmern muss, weil nämlich die... die bösen, die mich nicht auf ihn losgehen. Oder doch. Ja klar, der hat jetzt einfach mal so... mir nichts, mir nichts. Ist für ihn ja nichts, ihr blöden Arschlöcher. So, für euch gebe ich X noch die Munition auf. Kannst du mir jetzt mal aus dem Weg gehen? Mein Gott, hier ey. Vor lauter Wut mache ich den PC kaputt. So. Aber das ist leider hier schon einiges an, an Zeug hier. Ah, wir haben ein Signalwackel. Guckt mal. Hier. Brennen. Schade. Ähm. Woa. Fickt die Henne, alter. Fickt euch allesamt. Schaust du aus. Hey, dir fehlt was von dir, ne? Bei dem man jetzt echt nicht... Die schaut alle gleich aus. Bäh. Ja, kotzt mich jetzt nicht. Ich hab' mein kleines Gesicht, du bist auch... Ach, schade. Das tut mir jetzt aber leid. Aufwischungst du als erstes. Ja, ihr könnt mich mal. Na! So. Kurzer Prozess. Gleich gemacht. Geh mir aus dem Weg. So. Ja. Ich hab' wieder wohl nichts für meine Gewolle. Ach, ich freue mich. wie ein kleines Kind. Ist das schön. So. Und wer von uns beiden ist jetzt nicht leer geschossen? Hm? 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 Da laufen noch irgendwelche Volldeppen rum. Oh! Was zu essen? Ich will was. Blödes Scheißteil. Funktionieren. Vielleicht? Nee. Scheißteil. Jetzt! Schau. Ähm. Geh du voran. Schön. Oh Gott, das musste grad sein. Was reinkommt, muss auch wieder raus. Ja, viel Spaß. Danke. Ich mag euch. Oh Gott, das tut mir aber leid hier. Tut mir leid. Dankeschön, Leute. Oh, meine Nase juckt. Wenn ich meine Aufnahme starten möchte, dann juckt meine Nase. Da wäre doch mal die Zunge gewesen. Und ich folge was lass. Übersehen. Zurück. Lalalalala. Oh, da kann ich... Nee, das ist es nicht. Aber hier. Da da da. Da da. Haha. So, ansonsten kann ich hier nicht mehr viel weiter. Hier wäre nichts mehr. Also. Unvermeidbar. Blödes Teil hier. So. Ich habe gerade überhört eine secure Transmission. Soldaten sind gekommen. Sie kommen, um uns zu retten. Natürlich habe ich meine Gefühle, dass wir lange genug leben, um sie zu leben. Ich brauche nichts mehr. Okay. Ich leuchte dir ins Gesicht. Stirb. Nein, okay. Oh, Mann. Jetzt habe ich mal so die blöde Steuerung, die sie von den KI haben. Also jetzt dieser blöde Polizist da oder Sicherheitswachmann. Ähm. Die ist gleich. Au. 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 Ah, okay. Also ich habe quasi der generelle Zeit. Bis. Bis der wieder. Anschlägt doch nämlich ... Ok. Ja, ich habe es verstanden. denn? Ja, du bist tolles Geschütz. Zeig mir noch mal deinen Laser. Komm, zeig mir noch mal deinen Laser. Schade. Kiegt mich nicht. Vielleicht reagiert das Geschütz? Ah, ne. Hätte sein können. Okay, da müssen wir definitiv weiter. Nichtsdestotrotz... Was haben die hier, bitteschön, gemacht? Ein Casting? Na, hier ist natürlich nichts mehr. Munition, da haben wir was. Oh, f***t euch. Das ist jetzt hässliche Viecher. Geht doch. Da ist ein Luftschacht. Der Moment, wenn den Explanern nichts mehr einfällt und sie quasi alles kommentieren müssen, was sie sehen. Wach, Mann! Was ist los mit euch? An die Oberfläche. Okay, ich gehe nach unten. Lalalala. Wie? Au. 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 Daneben. 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 Aber noch daneben. Daneben. Komm schon. Zu spät. Hihi. Was habt ihr da gegessen? Okay, da haben wir eine Munition. Das war's. Darf habe ich meine Munition für die Meckung verschwinden? Na, super. So, was willst du jetzt? Du willst, dass ich an die Oberfläche gehe? Na gut. Weil du es bist. Moin. What? Okay, ich gehe. Tschüss. War schön mit euch. Ach, ich gehe doch nicht. Hallo. Wie geht's allen miteinander? Ja. Doch schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich kann nicht zielen. Na komm, spring zu mir. Zu spät. Komm, spring zu mir. Zu spät. Mein Gott. Machst du jetzt mal. Du bist auch tot, verdammt. Das heißt, verdammt eigentlich, freu ich mich drum. Ach so, irgendwie ist das noch ein bisschen so. Stirb. Hallo. Wie geht's? Wollen wir Freunde sein? Wollen wir Freunde sein? Okay. Mein Gott, den tötet ihr beim Essen. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Gefühlslose Bastarde. Ja gut, der liegt auf dem Geschmier. Ist das wurscht. Das ist mir vollkommen egal. Aber beim Essen, Leute. Will jemand einen Kaffee? 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 Hier, Kaffee für euch. Dann halt nicht. Ist okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mag auch nicht. Munition für unsere Magnum. Meine Nase läuft gerade. Oh, kalt. Oh, Nebel. Oh, Nebel. Schlimmsten so rum. Ach mein Gott, die paar Monster hier. Da haben sie was zum Zinserfleisch schon los. Ich dachte, du wärst tot, du blödes Viech hier. Nö. Ich hoffte, man kann es zumachen. Dann ist sie eingesperrt. Dann wäre sie sicher, aber sie würde dann qualversterben. in der Kälte. Jetzt haben wir es mal so. Uh. Nö, nö. Was? Wow. Was bist du für... Aua. Was bist du für blödes Viech? Spritze. Ich hab das gesagt. Ich hab nichts gesagt. So. Ich dachte gerade schon, die lässt einen jetzt fahren. Oh. Oh. Munition. Zu wenig Munition. Haben wir hier nichts? Nö. Oh, ich mach hier mal auf. Da haben wir ein Stück der Wirbelsäule. Da kann ich nicht aufmachen. Schade. Wo mach ich dann auf? Na toll. Jetzt kann man das hier nicht mehr essen. Nehmen wir mal kurz nach oben was. Oh, das ist schon voll. Ernsthaft jetzt? Was? Kann ich hier lang? Machen wir hier mal alles kaputt? Was? Fick dich, fick dich, fick dich. Oh, blödes Scheißviech. Ah. Bin ich gerade so blöd? Scheinbar. Alter. Wurzum. Teufel. Ich mach vielleicht so lang kaputt, bis es dann funktioniert. Hier wäre eine Schleuse. Ach, komm schon, ne, oder? Ja, tatsächlich. Man kann da hoch. Jetzt habe ich aber leider, glaube ich, den einzigen Weg kaputt gemacht. Ich höre aber gerade noch irgendwo diese Zombies. Ne. Da kann man nichts mehr verschieben. Ne, gut. Hör mal auf mit der Spielerei. Da wären auch welche. Oder kann ich nicht hoch? Das ist ein Problem. Da könnte ich auch rein theoretisch hoch. Ich hätte es quasi wirklich einfach nicht... Aber es ist doch... Es ist hier wirklich wie ein Parcours angelegt. Es ist beabsichtigt, dass es hier ein Parcours ist. Ja, aber hier funktioniert das nicht. Na, scheiße. Aber hier. Hier könnte es funktionieren. Ne, doch nicht. Es gibt es doch nicht. Sag mal. Gut. Das heißt also für mich jetzt erstmal... Laden. Stirb. Okay, wir machen es anders. Seid ihr tot? Gut. Oh, was... Was sprichst du hin? Da kommt jetzt hier dieses Brille Viech. Fickt euch! So, du bist jetzt hoffentlich tot. Ansonsten haben wir alle tot. Das ist gut. Die Dame bleibt wie gewohnt auf diesem Platz. Bewegt sich kein Meter. Auch gut. Fickt. Fickt dich! So. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Jawoll! Ich bin schlau. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Das habe ich jetzt laut gesagt. So. Zack. Nein, da geht es zum Glück nicht auf. Euer Scheiß ernst jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Ist das jetzt wirklich euer Scheiß ernst? Also... Ernsthaft. Was zum... So. Jetzt gehen wir mal den ganzen Scheiß wieder zurück. Okay. Gut, dann müssen wir auch wieder zurück. Äh, hier können wir noch durch. Aber das ist halt auch wieder so. Ah, ja. Wir müssen hier jetzt quasi durch. Also hier müssen wir lang. So. Das war dann die Frage. Wie machen wir das jetzt? Vielleicht so? So. Ähm. Da. Meins. Weg. Weg. So. Probieren wir es erneut. Ah, ich hasse Hitzel. Hä, liegt. Was? Tschö. Fuck. Tschö. Fuck. Fuck. Ha! Ich bin schlau. Ich bin einfach schlau. Das System einfach umgehen. Ganz ehrlich. Bis ich den Scheiß fertig hätte, wird es lang. Genau. Fick dich! Hallo! Guten Tag! Oh, da liegt was. Mach eins! Hast du noch was? 55%! So, die Frau ist voll mit dazu. Ha! Ich wiederhole es noch mal. Ich bin schlau. Äh, ich will runter. Ich will runter. Ich will runter. Runter jetzt da! Was? Na, Fick dich! Hallo! Die schimpfen. Linklicht! Dunkel, hell. Dunkel, hell. Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Okay, ich lasse es schon. Nacht. Oh, da ist ja einer tot. Oh, Revolver, meine. Das war genau das quasi so. Ja, nö, da kann ich nicht durch. Nö, da gehe ich mal auf die andere Seite. Fickt euch. Fickt euch beide einfach. Ganz ehrlich. Ihr könnt mich kreuzweise. Verpisst euch. Du auch. Oh. Fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Bring it on. It's nothing. Just a scratch. Really? You're gone. Oh, was? Oh, jetzt habe ich die gute Munition verschwindet. Na, sie huckt immer noch. Huh! Kann ich hoch? Ja, ich kann hoch. Tschüss. Macht's gut, ihr Penner. Kann ich da... Stirb. Los. Stirb. Stirb. Tschüss. Ah, ich hasse das. Ah! 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 Ähm. Ah! Da kriege ich sogar wirklich Höhlenangst. Ich habe tatsächlich... Ich bin ein Mensch, ich habe wahnsinnige Höhlenangst. Das ist... brutal teilweise. Ich kann hier noch mal so eine Runden. Yippie! Gut. Auch nicht schlecht. Noch mal ein bisschen mehr rein. Voll deck! Hallo! Oh, schade, ist hier keiner. Schade. Also es ist tatsächlich wirklich so, ich habe mega Höhlenangst. Also es gibt jetzt nicht so was auf Filmen, also... Verzeih, schon Filmen. Also auf so Aktionen wie beim Oktoberfest oder sowas, wo ich halt eben eine Achterbahn und so weiterfahren kann. Null Probleme. Aber wenn ich, weil ich da weiß, ich bin da irgendwo gesichert, aber wenn ich irgendwo auf dem Turm stehe und einfach so nach unten gucke und weiß, ich bin nirgendwo gesichert, da kriege ich eine Gänsehaut. Da kriege ich so eine Gänsehaut und kann mich erst nicht mehr verwegen. Was? Ich glaube, das war ein Fehler. Ich kann aber auch jetzt wirklich nicht so viel machen. So, machen wir mal alles schön leer, hier auch noch und wir sind jetzt wieder voll. Das Spiel macht mich langsam. Ich weiß, ich bin da ein wahnsinniges Weiche, aber ganz ehrlich nicht geschreckt, aber solche Sachen einfach zu schnell. So. Ja. 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 Au, 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 au Oh Äh, hä Wie ist das jetzt? Äh, das war ein Fehler Doch nicht Boah, das ist jetzt mal eine schlechte Würde ich mal behaupten, ne? Mal eins Warum blinkst du einfach nur so? Achso So, haben wir das So, ich schätze mal, wir müssen da nach oben Kann ich hier irgendwas drücken? Ne Da Fickt euch Wir haben jetzt schon mal Granaten Ich finde das schon mal Nicht schlecht, es läuft Das ist unfair Aua Okay, das war ein Fehler Ich wollte nur mal kurz wissen, was das eigentlich bewirkt Daneben Daneben Ihr könnt einfach nicht ziehen Ihr macht hier alles dreckig und tut die Leute schon wieder beim Essen töten Die töten die Menschen immer beim Essen Das ist so richtig Bei der schönsten Zeit des Lebens Wirklich Leute, das geht nicht so Ich mein Wo bleibt denn dann noch wirklich Die Fährenmiss Weil damit rechnet man nicht und damit möchte man nicht rechnen Natürlich müssen sie wieder Geschütze sein Hallo Tschüss Verreck Verreck Ich habe nur so ein paar Geschütze aufgestellt für mich Keine Ahnung was ich sagen Aber es klingt scheiße Voll die Nicht mit mir Nicht mit mir, wie gesagt Das könnt ihr euch gleich auch schminken Was, was, was Na, ach, komm, fickt euch Das sieht mir ziemlich stark Fickt euch Ach, fuck you Da Was haben sie Die Macher dabei gedacht So Wir kreieren wir jetzt ein richtiges asoziales Spiel Fickt euch Beide einfach Nein Fickt euch Ja, stirbt Haha Das ist Karma Ich bin schon wieder Fickt dich Stirb eh den Dick Der schaut so wahnsinnig gruselig aus Ich nenne dich Agent Smith Was schon Ne, da ist nichts Gut, wir sind für unsere Magnum Das ist wieder nicht schlecht So Haben wir mal Lassen Gut Sogar einigermaßen Viel Was Willst du mich ficken Du kleines Blödes Oh Ja Ich hatte dich Ich hab dich Zeug mehr dagegen Dass da ein Kopf ist Find's toll Oh Mal eine richtige Waffe Nicht so Spielzeug Obwohl die Backnummer Ehrlich gesagt Gucklich geiles Wenn wir noch mehr Munition hätten Würde ich sie nur noch verwenden Die ist einfach nur noch göttlich Daraufhin erstmal was trinken So Jetzt würde ich mal sagen Jetzt würde ich mal sagen Ich pausiere erstmal Und wir machen in der nächsten Folge weiter Bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020